Willkommen zurück. Heute ist der 7. Dezember 2016 und am heutigen Tag gibt es 15% Rabatt auf viele Puppenhausartikel. Die schauen wir uns an. Los geht es mit dem Puppenhaus selbst. Das kostet 99,99€. Habe ich im Sommer auch schon günstiger gesehen, allerdings ist es so, wer jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hat, der wird wahrscheinlich froh sein, wenn er es überhaupt noch findet. Könnte das eine ganz gute Gelegenheit sein. Wo es sich noch am ehesten lohnt, sind meiner Meinung nach die Beleuchtungssets. Einmal für 13,59€ und weiter unten für 21,24€. Denn das sind Sets, die gibt es nicht im Einzelhandel. So die Möbel haben wir alle schon gesehen. Muss ich ehrlich sagen, dieses hier mit dem Kaminofen habe ich selber für 2€ weniger noch gekauft. Wobei 14,87€ immer noch ein guter Preis ist. Die Erweiterungen sind heute leider alle ausgenommen. Und was mich wirklich wundert ist, dass es die 15% Rabatt zum Beispiel nicht auf dem Pavillon gibt. Das ist ein Set, das drückt sich ja eine ganze Weile hier im Sortiment. Und da hatte ich teilweise schon den Eindruck, dass sich das nicht so gut verkauft. Gut, aber ist nicht meine Entscheidung. Es gibt zumindest auf einige Artikel hier 15% Preisnachlass. Und wer da heute was findet, was er brauchen kann, der kann da bestimmt zuschlagen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder und schauen einfach mal, was uns da angeboten wird. Macht's gut!